Die Kuratle Group in Leibstadt mit zwölf Standorten in der Schweiz, sechs international tätigen Tochtergesellschaften und über 10'000 Kunden ist eines der grössten Holzwerkstoffhandels- und Logistikunternehmen der Schweiz. Die Konsumente sind mir nicht so bekannt, ausser dort, wo wir in der Ausstellung ein paar Käpte verkaufen. Dort kennt man uns natürlich. Aber sonst sind wir eigentlich eher ein bisschen der Backoffice, der im Hintergrund alles arrangiert, dass der Industriekund und der Schreiner und der Holzbauer und der Zimmermann, dass die eigentlich alles ihre Ware haben, um ihr Produkt zu fertigen. Kuratle handelt mit Holzwerkstoffen und Konstruktionsholz von verschiedenen Herstellern. Diese werden je nach Kundenbedürfnis vorgefertigt, also in der gewünschten Größe zugeschnitten und bearbeitet. In einer eigenen industriellen Vorfertigungsabteilung werden die Bestellungen der unterschiedlichen Kunden aufgenommen und für die Weiterverarbeitung vorbereitet. Ja, oftmals beraten wir ihn auch schon im Festlegen des Produkts, welches Produkt das überhaupt zu richtigen ist, im Zusammenhang auch mit den Bearbeitungsmöglichkeiten, die wir haben. Und so tut man eigentlich gemeinsam oft mit dem Kunden, dass das die Idee finalisieren und dann schlussendlich eigentlich auch realisieren. In großen, vorwiegend in Holzbauweise gebauten Hallen lagern rund 25.000 verschiedene Produkte, welche auch kurzfristig bestellt werden können. Und die eigene Logistikfirma ermöglicht es, die Kunden just in time zu beliefern. So war Kuratle zum Beispiel für die termingerechte Lieferung von Bauteilen für die erste Salzlagerhalle Saldome der Schweizer Rheinsalinen zuständig. Das 1955 gegründete Familienunternehmen wird zurzeit von der zweiten Generation geführt und auch die dritte Generation ist bereits im Unternehmen tätig. Für diesen langjährigen Erfolg sei vor allem der Respekt gegenüber den weltweit rund 800 Mitarbeitern entscheidend. Das zeigt sich in der Langjährigkeit von den Mitarbeitern, in der Treue. Ich habe mal am letzten Weihnachtsessen gesagt, dass bei uns Mitarbeiter länger sind als im Durchschnitt Partnerschaften zusammen sind, laut Statistik. Und das ist doch eine Zeit, da hat sich schon viel draussen. Kuratle Gruppe, das international ausgerichtete, lokal handelnde Schweizer Familienunternehmen, das Holzgesamtlösungen aus einer Hand anbietet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017